ja meine freude zu dem kommen wir noch aber ja also das letzte was man in so einer letzten woche vor dem wettkampf noch haben möchte aber leider ist es passiert aber bevor wir zur bank kommen reden wir doch ein bisschen über kniebeugen ihr wisst ich habe jetzt mein pr ist 222,5 kilo glaube ich das rekord im beugen liegt bei 225 kilo geplant wären eigentlich irgendwas darüber ja ich habe 215 kilo zweimal gemacht in der vorbereitung und zweimal was ehrengrinder und so ein taper week also die letzte woche vor dem wettkampf wo man die ermüdung abbaut ja die baut schon ein bisschen was ab und im wettkampf geschehen ist man dann auch ein bisschen mehr motiviert aber das reicht manchmal nicht und ich denke wir gehen sie jetzt mal safte an und ich werde den opener hier jetzt zeigen und zwar ist da was mit 207,5 kilo vielleicht auch 205 kilo geplant nach oben kann man immer korrigieren man kann einen grösseren sprung wählen das wichtigste beim erstversuch ist dass der einfach sitzt und ich habe hier jetzt auch die leute um mich rum und ja also für den opener ein bisschen schwer deshalb wäre wahrscheinlich die 205 kilo ein besseres versuchs also ja was wird wohl gehen ich denke wahrscheinlich also wenn ihr das video jetzt schaut dann ist der wettkampf schon durch und es wird ein richtig geiles wettkampf video dazugeben aber ich denke ich hole mir nicht den schweizer rekord vor allem weil alle diese woche letzte woche seine 20 kilo auf instagram gepostet hat und also mir war sowieso klar ich habe auch nie verstanden wie er nur an der europa weiserschaft 220 kilo gebeugt hat weil er ja also ja der ist einfach richtig stark aber ich freue mich trotzdem das wird ein richtig geiler wettkampf ja und ich habe für euch noch etwas ganz spezielles und zwar kreuzheben ihr seht jetzt 200 kilo hier ich mache kreuzheben in der letzten woche vor dem wettkampf nicht schwer das machen die meisten so einfach das ermüdet halt am meisten deshalb auch nur ein backoff satz wie zum beispiel beim kniebeugen habe ich zwei gemacht und ganz wenig kreuzheben aber abonniert diesen channel denn wenn der aftermovie raus kommt zum wettkampf dann werdet ihr sehen was mit kreuzheben so alles lief in den letzten paar monaten denn kreuzheben lief am besten so band drücken das was ihr jetzt vorgesehen habt kommt bald aber ihr seht ich gucke so auf die seite denn ja wenn man hier nochmals auf dem hintern guckt da sieht man vielleicht hier ist von dem winkel nicht so gut aber ja der hinterm ist oben und wenn der hinterm oben ist dann ist er für so ungültig deshalb habe ich mich hier drauf konzentriert denn hinterm nicht hoch zu kriegen und das einzige was ich nicht hochgekriegt habe war die verdammte scheiss stange und ja ich habe auch die safeties nicht eingestellt weil ich safe damit umgegangen bin dass ich das locker schaffe ja zum glück haben die jungs dann hier eingegriffen merkt euch wenn ihr bankdrücken macht nehmt immer jemanden zur sicherheit der auch in der lage ist das gewicht einfach weg zu heben und oder macht die safeties ran ihr seht hier die safeties sind jetzt richtig eingestellt und ja ich habe so ein bisschen herum experimentiert in den tagen weil ich habe seit mai nicht mehr bankdrücken gemacht ich habe früher vier mal in der woche bankdrücken gemacht und jetzt in den letzten fünf maaten ja ich muss mal nachzählen aber ich denke maximum 50 bis 100 wiederholungen das mache ich normalerweise in der woche ja nichtsdestotrotz ja was wird gehen ich bin gespannt ihr könnt auch gespannt sein und wir sehen uns dann mit dem aftermovie wünscht mir viel glück und wir sehen uns ja mit dem aftermovie